Videospiele schlecht erklärt. Apex Legends. Eigentlich ein klassisches Battle Royale, nur komplett auf Steroide. Slide, Jump, währenddessen Schießen, Granaten werfen und Fähigkeiten. Okay, okay, chill einmal, das geht mir ein bisschen zu schnell. Aber genau das ist Apex auch, ein echt schnelles Battle Royale. Battle Royales sollten eigentlich jedem klar sein. Große Map, der immer kleiner wird und der Letzte, der überlebt, gewinnt. Also in Apex ist man der Champion. Das Einzigartige an dem Spiel ist, dass sich jeder Spieler einen Charakter auswählt, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Willst du also Warhacks, nimm Bloodhound. Einen Teleport, dann ist Ash genau die richtige. Und bist du komplett irre und das Spiel geht dir noch immer nicht schnell genug, dann nimm Octane, eine Spritze reinjagen und zack, du bist schneller als Usain Bolt. Was da wohl drin ist?